Moin Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part von Starbound. Ja, also... Hier kann ich auf jeden Fall nichts... Aber, was mir letztes Mal, als ich das nochmal angeschaut habe... Also, als ich mir das Video nochmal angeschaut habe, habe ich gesehen, dass man einen... ...Markierung hat, einen Kompass, der dir anzeigt, wo man hin muss. So habe ich mich rausgegraben. Ja, da. Ich muss da hin. Hat das hier noch Loot drin? Ich möchte eigentlich meinen Loot wieder haben. Aber so wichtig ist mir mein Loot jetzt auch nicht. Ich frage mich, ob es hier auch irgendwann mal hell wird. Oh. Ja. Mein ganzer Loot. Ich frage mich. 10. 15. 22. 22. 23. 25. 28. 25. 30. 55. VS 20. 28. 25. wenn man ganz so gut ist wieder da, oder? Ja, ja, mein Essen auch? Ja, Mann, perfekt. Das ist nämlich gut. Ich würde das nämlich jetzt... Hey, warte, wieso ist die jetzt da? Ich dachte, die war von auf da. Ah, ja, ich glaube... So. Wollen wir ein bisschen weiter, dass wir noch kommen? Irgendwie habe ich keine Lust, dass es noch weiter ist. Da oben ist das. Da ist nichts drin. Oh, da ist ein Vieh. Shit, was ist das? Lauf. Oh, fuck. Lauf. Lauf einfach. Oh, Gott. Ich bin noch am Leben. Und... Der sagt mir irgendwie, dass ich da nicht hin will. Oh, da ist noch so ein Vieh. Oh, da ist noch ein Vieh. Ich glaube, wir sollten da was helfen. Gut, 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 gut. 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 Oh Gott. Was ist denn das da? Also ja, wir werden jetzt schon ein bisschen sauber und dann werden wir wieder hochklittern und dann werden wir hoffentlich das finden, das sind die Arctic Energiesource. Aha, Ike Energiesource, entschuldigen. So, ich hab irgendwie Angst vor dem Typen da oben. Ich weiß nicht, ob der feintlich war, aber kann sein, oh. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe jetzt keine Wurfspiele mehr. Warte, bevor der Typ kommt. Ich habe hier hier Frohing Darts gefunden. Jupp, die werden... Oh, nice. Das macht eigentlich schon viel Schaden. Gehen wir weiter. Das ist irgendwie, sieht aus wie so eine verlassene Stadt oder so eine verlassene Burg. Guck, da ist wieder dieses Teil. Okay, die kann ich auch so bestehen, wenn ich mal jetzt der durchkommen würde. Ich frage mich, ob dieses Viech da oben mich auch abrückt. Nice, du hast es drückt. Oh, wow. Oh, wow. 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 Ich reiße hier einfach weiter. Dieser Kompass würde mir schon sagen... Das ist Mais. Das ist Mais. Oh, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Hier können wir uns gleich rüber bridgen. Ich glaube, das kann ja was sein. Ich glaube, das ist immerhin ein ganzer Sand weg, aber... Wo ist das? Das ist das Tor. Erstmal muss ich den da hinten ausschalten. Ich meine, so weit kann es jetzt aber auch nicht mehr sein. Hier kann ich mein Fleisch kochen. Ich glaube, ich muss mir sowas zu essen, ne? Während er sich heilt. Ähm... Weiter geht's. Da fliegt Fingers. Ich mag dich nicht. Ja. Ist tot. Boom. Ist hier noch ein... Hier ist noch ein Berg. Ach, super. Sind das Karotten? Ist das eine Karotte? Ja, ist es. Ähm... Ja, wie komme ich da jetzt wohl hoch? Ich glaube, ich meine mich da hoch. Ich glaube, ich meine mich da hoch. Und wenn ich fertig bin, dann sage ich dir wieder Bescheid. Oh, shit. Aber erstmal kommt da... Irgend so ein Käfervieh. Was war das? Ich hoffe, ich sehe es das nicht wieder. Äh... Ich baue jetzt erst mal ein bisschen ab und ich sage euch gleich Bescheid. So, oben auf dem Berg jetzt angekommen. Es ist ein ziemlich großer Berg gewesen, müsst ihr wissen. Guck mal, wie weit der runter geht. Wie weit dieser Berg runter geht. Das alles musste ich hochgehen. Was ist das hier? Was? Karotten? Was ist das? Was ist das? Oh, ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ist hier hinten noch was? Ja, hier ist noch ein bisschen was. Und ein Gegner. Ich brauche vorhin einen Gegner. Auch wenn ich das siehe, das ist gut. Den Gegner werde ich... Okay. Oh ja. Höh. Höh. Oh Gott, du, es kann springen. Okay. Panik. Ich gucke noch, ob hier noch in der Nähe ist. Was ist so... Hier ist Eis. Was ist so... Schnee. Oh, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, das war's mit dem zweiten Part. Ich glaube, ich würde das hier erstmal glätten. So, und dann könnte ich mein... Äh... Ein Zelt da aufschlagen. Perfekt. Und jetzt... Haben wir unser Lager. Und ich mache noch das Lagerfeuer dahin. Und der Stuhl. Ach, der Stuhl ist jetzt egal. Wir machen uns noch was zu essen, oder? Was können wir denn hier noch essen? Kommt da sein, da war ein Roasted Potato. Na, ich glaube, ich brauche noch ein Steak. Gut. Dann... Während ich dieses Steak esse, danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Wenn wir beim nächsten Mal dieses... Antike... Portal öffnen. Activaten tun wir das nächste Mal. Und ja. Nochmals hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn ihr in dem seid... Lasst einen Like da. Lasst ein Abo da. Und ich sehe euch. Hoffentlich. Beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall, Leute. Es hat mal wieder... Sehr viel Spaß gemacht. Gut. Dann war's das für jetzt. Bis zum nächsten Mal. Euer Eichimax22. Und... Tschüss.